Hallo Leute! Willkommen zurück zu I WONDER ME DE BOSHI! Wir sind nach wie vor an dieser verdammten Stelle, wo ich einfach... ja doch, ich habe jetzt mal gesehen, was ich ungefähr machen muss, ja? Weil ich war ja fast beim Speicherpunkt, aber nur fast. Da hat mir wieder ein Pixel gefehlt. Aber nun schaffen wir nicht einmal mehr diesen Abstieg. Es klappt einfach alles nicht mehr. Alles klappt nicht mehr. Warum? Ich weiß es nicht. Was soll der Scheiß? Echt mal? Ich finde es einfach nur noch Scheiße vom Spielen. Ja, ich finde es einfach nur noch Scheiße. Ich meine was... ja... Schwere Stellen ja, aber sowas hier. Ich spreche wirklich nur von dem einen Sprung da. Wirklich nur von dem hier. Also... Ich kann doch nicht vor was ausweichen, dass das nicht da ist. Das... nee, das klappt echt nicht. Hoffen wir jetzt hat es geklappt und natürlich klappt es dann nieder nichts mehr. Dann stirbt euer eigenes Trots um zu миллиmierig beteilend. Ja, aber natürlich klappt es dann nicht mehr. Natürlich. Irgendetwas klappt ja nie. Der Herr sagt, stimmt nicht? Irgendetwas ist immer da, was nicht funktioniert. jetzt wenn es nicht der erste Sprung ist ist es der zweite Sprung natürlich und wenn beide ausnahmsweise mal klappen was extrem selten der Fall ist ja dann sterbe ich beim Fall da nach unten ja etwas in diesen Dingen ist immer der Fall ja ich nein 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 das ist doch einfach nur noch Scheiße ja ich sehe echt ich sehe es echt nicht ein ich sehe es echt nicht mehr ein wirklich da war ich mir zu nahe er war an der Wand es ist doch einfach nur noch ein Witz diese Stelle ist einfach nur noch lächerlich ja man kann die gar nicht mehr ernst nehmen ganz wirklich wie schon die Stelle wo wir zwischen den Schüssen dieses Cheatermans hätten entlang springen sollen ja hallo zwischen seinen Schüssen also solche Sachen sind einfach nur noch lächerlich die haben nichts mehr mit Glück äh mit Können zu tun oder mit Geduld sondern es ist einfach nur noch verdammtes Glück wow knapp ich kann hier hoch ähm 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 mein Gott weiß ich auch nicht wie das gehen soll ich kann da ja ich weiß doch nicht wohin springen woher auch bitte ähm ja ja es hat immer wieder geklappt ja und jetzt habe ich den wieder vergessen es gibt einfach soo viel Scheiß das ich mir merken muss und achten und merken und Glück haben und ja pfff so lässt sich einfach nicht schön spielen nein so lässt sich einfach nicht schön spielen jetzt hat es doch gar noch geleckt zu allem Überfluss alles scheint gegen mich zu sein alles wirklich alles sag ich mal ein kleines Nebula wieder widerrufen ja dass wenigstens mein Gott dass wenigstens ein Freund dabei ist ja komm schon ich sehe es nicht ein ich sehe es nicht ein spring nein der Sprung er ist beschissen das ist der Glückssprung komm das ist jetzt einfach nur noch der der Glückssprung weil er klappt einfach wenn er wenn er meint lustig zu sein aber jetzt mal dann klappt er einmal ja er klappt ein verficktes Mal und dann was passiert auch ja dann klappt er zweimal was passiert ich komme doch nicht bis ganz nach unten ja lalalalalalalalalalalalalalalala wenn ich durchschießen das ist schade mein Gott wie soll das gehen bitte wie soll dieser verfickte Scheiß eigentlich funktionieren ne ne was kann ich denn da bitte sonst noch tun ja diese Scheiß Kugel ja die ist genau hier hallo genau hier drin so hier bin ich dann auch ich muss quasi seht ihr das ich kann die Kugel bis dahin äh tun wo ich jetzt stehe aber die Kugel schwebt ich kann da gar nicht stehen ich kann da gar nicht sein also noch ein Grund warum ist das irgendwie behinderter Sprung ist weil es rein physikalisch gesehen gar nicht machbar ist ja dann klappt das auch wieder nicht mehr das klappt auch wieder nicht mehr das klappt auch nicht wie gesagt soviel zum Thema nichts will klappen ja diese Stelle will echt nichts klappen und auch das Glück scheinlich irgendwie verlassen zu haben ja sonst hätte jetzt das zum Beispiel wie funktioniert kein Wissen kein Glück kein irgendein nein einfach nichts einfach nichts hilft mir hier einfach gar nichts Null Unterstützung das hätte passen müssen wow jetzt hab ich aber nicht ja komm jetzt ist das da das große Problem oder was wenn dieser Sprung hier endlich mal klappt oder was und dann komme ich da nicht mehr durch ach ach ne der Sprung klappt gar nicht immer ich dachte ich hab jetzt endlich mal gelernt aber offenbar war das bloß bisschen Glück innerhalb von kurzer Zeit ja effektiv fick dich mit deinem Boshita ein ganz im Ernst ich bin das Boshita im Light jetzt ich check auch langsam nicht mehr wie ich da runterfallen muss ganz im Ernst ich hab das schon so oft gemacht dass ich das ich kann nicht mehr kennt ihr das wenn ihr etwas x mal wieder holt und dann plötzlich könnt ihr es nicht mehr nein jetzt verfügt nochmal ich kann das doch nicht ich hab die Schnauze gestrichen voll von dem Rotzl will einfach nur noch hier weg einfach nur noch weg diese scheiß Kugel da drüben ich kann das ich kann das ja das langsam hast du jeden einzelnen bei hier bei dieser Szene jeden einzelnen aber besonders der wo immer der Ball reinspringt besonders den aber auch alle anderen ja den auch ja den auch ja aber den ganz besonders ich weiß langsam echt nicht weiter und ich kann noch da nicht so schnell reagieren je geht nicht es ist nicht wahr ich weiß echt nicht mehr was ich zu dem Scheiß hier sagen soll Leute außer Finger weg einfach Finger weg oder sagen wir Spiel bis Ryu bis der Einsatzspiel einigermaßen okay ja meine Rede aber seit Ryu tot ist kommt nur noch Scheiße es kommt nur noch Scheiße in diesem Spiel ich wäre es toll wenn es immer wieder besser werden würde aber seit ein paar Parts kommt echt nur noch solcher Müll und ich finde es wirklich schade das Spiel hat am Anfang wirklich Potenzial ja aber jetzt kommen so viele Ideen wo ich sagen muss komm fickt euch ist nicht euer Ernst ja und dann da wieder mal reinspringen da war ich schon lange nicht mehr dran verreckt da bin ich ein paar Mal schon verreckt ungefähr 200 Millionen tausend 829,7 Mal dann da wieder mal ja das ist noch keine 100 bestimmt ja ne noch keine 100 aber wenn ich so weitermache erreiche ich da die 100 Tote aber zum Spike noch hm m geh doch einfach da runter weich doch diesen verbumsten Stachel einfach aus ja ja oh der wieder mal oh schön das eine Millionste und das erste Mal ich bin im Fallen einfach nicht wendig verstehst du das Spiel? also erwarte nicht so einen Kack von mir so also wieder übel knapp so so jetzt haben wir gesehen Moment wie hoch kann ich springen? äh ungefähr äh ich muss es genau sehen wenn ich ganz klein springe ein bisschen mehr als so ein Miniblock da ähm ne so habe ich das aber nicht ne ich äh wenn ich springe dann geht das Ding nach unten nach unten darf es ja eigentlich ah 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 sehr gut sehr sehr gut ja es ist gut jetzt bin ich hier ähm nein nein wir haben immerhin diese Scheißstelle geschafft ok da kann ich auch nicht hin wo dann bitte wo dann kann ich äh quasi über mich drüber ja aber ich kann ich kann nicht so hoch springen würde ich sagen was ist das für ein kleiner verdammter Scheißbeich da Moment ich habe eine Idee ja das ist eine super Idee nein ich komme da nicht hin verdammte Scheiße das muss doch gehen hauptsache ich komme jetzt da endlich mal speichern Leute aber ich ich treffe doch den kleinen Spikey gar nicht nein irgendwas anderes töte mich aha ja jetzt sehe ich es erst man nicht so hoch springen da bitte oho und da bis man für die Hüter tut ich ich weiß nicht wohin gut ähm ne da hoch komme ich nicht unmöglich ne ohohoho ohohoho jetzt muss ich hier hin äh einen großen Doppelsprung hier rüber ja 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 was ist das wie komme ich hier ran wie komme ich da rüber hä was ist das für ein Scheiß bitte ich habe eine Kiste gefunden ich habe eine Kiste gefunden dann will ich die auch haben ich will jetzt bitte nicht sterben ich will jetzt bitte irgendwo speichern oder so da ähm danke so jetzt will ich da nochmal zurück um zu testen kann ich da wirklich nicht drauf stehen gut Pac-Man hahaha ne ist in Ordnung ok es klappt nichts so bin ich jetzt wieder nein böser auch schnell weg hier ähm was passiert hier unten da ist wieder das hier schön ähm ähm ok kriegen wir hin ok wo muss ich hin ich komme doch diesen kleinen Spalt da irgendwie nicht durch warum nicht was übersehe ich denn jetzt schon wieder oder hätte ich da unten noch irgendwas aktivieren brauchen oder hä ich verstehe es wieder nicht ne da unten war ja gar nicht so wirklich was tolles äh kann ich ne durch die Wand schießen kann ich ja nicht sonst hätte ich mir denken können dass ich irgendwie so ein Fragezeichen aktivieren muss aber auch das geht dann nicht mehr ja doch ich komme da rein doch geht doch äh ähm ähm ne ich geh erstmal jetzt durch ne 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 ja aber ich kann da irgendwie nichts machen warum nicht ok da komme ich wohl äh speichern komm ich wohl effektiv nicht zu meinem Geheimnis schade ja keine Ahnung wenn ich das hätte machen sollen da fehlt mir eindeutig dieser Block egal ja was jetzt habe ich hier drin schon gespeichert ne habe ich nicht ok Leute beim nächsten Mal sieht es verdammt nach Boss aus oder zumindest nach einer neuen Welt und das ist schön ich bedanke mich fürs Zusehen und macht's gut bis dahin tschö